Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Odin was shoppen. Ich habe hier mal wieder ein paar schöne Sachen. Die kleinen Sachen heben wir uns für nachher auf. Wir machen jetzt erstmal die Pakete auf, dann sind die nämlich weg vom Tisch. Und es ist wieder kurz vor Ende des Monats. Und die, die Odin was shoppen, des längeren schon verfolgen. Wissen ja, was ich mir denn immer zum Ende des Monats seit einer Weile hole. Mensch, das ist ja gut eingepackt. Meine Kaktusfeige brauche ich wieder. Und das war jetzt höchste Eisenbahn. Ich habe gestern noch zwei Flaschen machen können. Und hatte das aber schon hier und wollte aber das Video vorher machen. Und ich muss mir nachher gleich wieder was anmischen. Das war wirklich allerhöchste Eisenbahn diesmal. Ich wollte mir, auch davon wollte ich mir noch Dings bestellen. Das habe ich getestet. Das habt ihr gesehen. Werner hat verfolgt. Blaubeere. Halt für meine Mutter. Richtig geil. Schmeckt richtig geil. Kirsch schmeckt auch gut, aber hat so einen leicht pelzigen Geschmack im Abgang. Das ist, was jetzt hier drin ist. Das habe ich für einen Kollegen gestellt. Nicht für mich. Aber da darf ich auch Videos machen darüber. Und ich fand die auch ganz cool. Die wollte ich unbedingt testen. Das ist ein Bluetooth Lautsprecher. Ne Wireless Transporter oder Speaker. Und der hat nämlich auch eine Haltefunktion. Da kann man sein Handy reinlegen. Den werde ich euch demnächst noch auspacken und dann werden wir den mal testen. So, dann kommen wir zum nächsten. Das habe ich schon aufgemacht, weil ich das brauchte. Und weil ja einige Sachen auch noch in so einem Umschlag kamen für andere Leute, wo ich was bestellt habe über mein Amazon, weil ich ja Prime bin. Und da musste ich gucken, da durfte ich dann kein Video drüber machen. Ich habe mir hier einmal bestellt Flohzeug für meine Katzen, weil jetzt ist es warm. Jetzt geht die Floh-Saison wieder richtig los. Einmal habe ich schon aufgemacht. Da sind nur noch drei Stück drinne. Also hier waren noch ein Zweiter drinne und hier waren auch Zweiter drinne. Wiss ich gar nicht, was ich bezahle. 15 Euro noch was oder so. Für sechs Stück. Und sind halt zwölf Ampullen drinne. Sechs Ampullen drinne für zwölf, ab der zwölften Lebenswoche. Sechs Anwendungen, 24 Wochenschutz. 24 Wochen gilt natürlich nur für eine Katze. Logischerweise sechs Ampullen, eine im Monat. Wenn du zwei Katzen, drei Katzen hast, ist es halt schneller alle, logischerweise. So, dann haben wir das. Und dann habe ich mir noch was bestellt. Da habe ich auch nicht ausgehalten, da musste ich drin gucken. Von, wir haben hier auch so ein Dingschen gemacht, von KiwiStar.de. Da könnt ihr das sehen. Habe ich bei Amazon bestellt. Ach, hier hinten ist eine richtig geile Anleitung auch mit bei. Ich habe mir bestellt Sticker. Und hier hinten haben wir auch eine richtig geile Anleitung mit bei, wie wir das drauf machen. Bei mir kommt es aber nicht an den Lack, bei mir kommt es an die Autoscheibe. Und da habe ich auch einen Bonus mit dazu gekriegt. Fand ich auch ganz nice. So, und ich habe mir diese bestellt. Zwei Stück sind das. Ich weiß nicht, wie könnt ihr das? Ja, seht ihr das scheiße. So seht ihr vielleicht ein bisschen was. Das sehen aus wie so eine SIM-Karte, also mit diesem Keil hier. Und da steht drauf, nix, nix verkaufen, nix Karte, meins. Ich habe heute schon wieder eine Karte an meinem Auto dran gehabt. Die geht mir immer auf den Puffer. Und ich habe auch noch so was gesehen mit mündlicher Kaufvertrag. Wenn du hier eine Karte hinterlässt, bestätigst du den Kaufvertrag so nach dem Motto 20.000 Euro. Habe ich mir auch schon überlegt. Aber erstmal kommen die hier ran. Ich weiß nicht, seht ihr das? Doch, so seht ihr das halbwegs. Und das sind zwei Stück für Fahrer- und Beifahrersäte. Und wenn die mir dann nochmal so was dran klatschen, dann flippe ich. Oh, das geht mir nicht mehr auf den Puffer. Hier 15% Rabattcode habe ich gekriegt. Sommerspezial. Kann ich euch zeigen, wenn ihr da Aufwatt bestellen wollt. Hier ist ein 15% Rabattcode. Könnt ihr euch notieren. So, reicht. Und dann habe ich noch zwei Oldschool-Sterne mitgekriegt. Seht ihr das? Auch nice, oder? Schöne Oldschool-Sterne. Wisse ich aber noch nicht, wo ich die ransklebe. Am Autowegs wahrscheinlich nicht mal. Oder an der Scheibe vorne. Links und rechte Ecke. Oder bei mir an der Fensterscheibe unten rechts. Ja. Das war doch mal wieder. Also mehr habe ich jetzt nicht gekauft. Ich spare gerade für eine Busbox. Die werde ich euch dann nächsten Monat, wenn alle Duty zeigen. Die kriegt dann mein Bruder und ich behalte seine Busbox. Die jetzt in meinem neuen Auto drin ist. Die ist im Ersatzradkasten drin und die bleibt dann drin. Und ihr kriegt dann eine neue. Für sein neues Auto. Und dann brauchen wir das nicht ausbauen. Bei ihm einbauen. Und dann hat er was unterm Sitz. Und dann hat er da das Ersatzrad bei sich noch und so. Ja. Das soll jetzt soweit gewesen sein. Ich werde jetzt entspannt auf dem Balkon sitzen. Mixerie trinken. Und meinen Tag noch genießen. Und ein bisschen runter kommen. Ahoi. Sagt euer Odin.